Herzlich Willkommen! Aber ich denke, ich komme auch ohne den Schnurtenpulli zurecht, wie Bob eben gesagt hat oder Ines. Also ich habe hier eben Nägelnagel neu den Triangle oder wie ich ihn am liebsten eben nenne Vulkan. Aber dieses wunderschöne Album von Pink Lloyd mit Dark Side of the Moon ist eben auch dieses Dreieck drauf. Dieser wunderbare Regenbogen, die LP ist ohne Worte. Hier ist 40 Inch, Meter, 80. Nebenan ist noch der 90 cm, 36 in Komet. Im Hintergrund ist die Erde, die Sonne und Saturn. Was heißt, die Welt ist klar? Atmet wieder ein. Durch die Nase. Das Innehalten. Mit der Aussagen. Ich hatte gestern eine wunderschöne Behandlung von einem Freund, Atemtherapeut Chris. Das war ganz wunderbar. Aber jetzt legt euch zurück. Das ist so eine Wunde. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020